Hier haben wir die Yokohama Blue Earth Winter V905, 225, 25, 17, 94 Fahrer, die haben 92 Dezibel aufgereiht. Old Widerstandsklasse E und Nashäuftung C auf das Profil. Laufrichtungsgebunden. Hier haben wir das. Ich glaube, wir haben die ganz günstig. 60 Euro am Morgen. 5. 10 Euro am Morgen. Das ist wieder kurz. Laufrichtungsgebunden.